So, Greta und Habeck wären stolz auf mich. Erst mit dem Fahrrad jetzt zum Spot fahren und dann Elektroauto fahren. Das wird fein. So, da drüben ist die Kieskuhle, schön Radl fahren, da hinten ist das Auto und meine Idiotantin ist auch dabei. Das wird ein Spaß. So ein Stöckchen war da drin, weißt du? Ja, das klackert auf die Pferde und dann klackert. Klackert das, ne? Wollen wir ja nicht, dass es klackert. Jetzt erst mal. Ja, jetzt. Mal gucken, was hier so ist. Machen jeder gar nichts. Das war ein Abenteuer. Das war ein Auto. Das war ein Abenteuer. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh 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 Den Frontflipper habe ich noch gekriegt Irgendwas ist kaputt Oh nein Gibt es doch nicht Vorne rechts fährt nicht mehr Oh nein Na ja, dann müssen wir wieder gehen So, Schnellanalyse, ich würde mal sagen So, da sich das Ding dreht Aber die Welle steht Und die sich nicht dreht Ist vorne irgendwie ein Stift abgebrochener Mitnehmer Das ist ja nicht so wild Repariere ich und bei der nächsten Folge sage ich, was es war So, die Karre habe ich auch hinbekommen Latsch noch mal ein bisschen gegen da Hält auch nichts aus, die Karre Traxa ist tough Genau, gib mal ordentlich Soll den ja auch hinbekommen Na, nicht drauf springen, nein Tja, bis zum nächsten Mal, Freunde Meine kleine tritt noch ein bisschen gegen die Karre Genau